Ja meine Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part mit Barca. Heute wird es schwierig. Wir haben Champions League gegen RB Leipzig und dann haben wir es, glaube ich, noch mit Athletico in der Liga zu tun. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, diese zwei schweren Partien haben wir heute. Schauen wir einfach gleich rein. Die Aufstellung für das Leipzig-Spiel haben wir schon gemacht. Jetzt muss ich kurz umstellen, sorry. Ist noch von der PS5-Aufnahme eingestellt. So, jo, ein bisschen dunkel bin ich. Achso, weil so viel Gegenlicht ist. Bin super vorbereitet heute wieder. Naja, da müssen wir jetzt durch. Aber ich halte ein bisschen einen Heiligenschein. Passt eh zu mir. Jo, so ist eigentlich grundsätzlich geplant loszulegen. Wobei ich mir noch gedacht habe, Ibanez, also grundsätzlich ist der große, große Klasse. Aber ich glaube, dass ich Christensen spielen lassen werde, weil die ja eine super Connection haben und die Abwehr eigentlich sehr gut funktioniert hat. Und seit ich da jetzt gewechselt habe, nicht mehr ganz so gut funktioniert. Muss jetzt nichts damit zu tun haben. Aber ich denke mir, es schadet nicht, wenn wir Christensen spielen lassen, weil die eben hier alle eine super Connection haben. Sonst haben wir die Aufstellung im letzten Part schon gemacht. Das heißt, wir können jetzt eigentlich loslegen. Und ja, bin schon gespannt. Leipzig auswärts. Wir sind nicht gut in die Champions League gestartet. Nur ein X. Und dementsprechend ist diese Partie hier ganz, ganz wichtig, damit wir eben uns jetzt eine gute Ausgangssituation erarbeiten. Schaut mal die Form von Leipzig an. Für diesen Kader richtig brutal eigentlich. Und ja, wir werden sehen. Es wird eine schwierige Partie. Davon bin ich überzeugt. Weil Leipzig unangenehm zu spielen ist, weil sie einen starken Kader haben. Unfassbar guten Stürmer mit Vlahovic natürlich. Und ja, schauen wir mal. Wir bleiben auf jeden Fall optimistisch. Pedri mit dem langen Ball auf Erling Haaland. Und stark geklärt von stark. So. Monaco gegen die Roma 0 zu 0. Das ist eben das andere Spiel unserer Gruppe im Moment noch. Da könnt ihr mal schauen. Jetzt führt die Roma gegen Monaco. Aber wir müssen jetzt echt schauen, dass wir liefern und Siege einfahren. Monaco hat im ersten Spiel anscheinend Leipzig geschlagen. Wir sind zwar jetzt so leicht tonangebend, aber wirklich viel gelingt uns noch nicht. Vielleicht jetzt knappe halbe Minute gespielt. Pedro Porro, Pedri, Ansufati und Erling Haaland mit dem Versuch. Kein Problem für den Keeper. Das war natürlich noch nicht wirklich herausfordernd. Wesley jetzt mit der Chance aufpassen. Wo ist unser Rechtsverteidiger? Pedro Porro da in der Mitte. Okay, komisch. Er wurde wahrscheinlich mit Wesley mitten ins Zentrum gezogen. Deswegen war da so viel Platz. Gefährliche Chance auf jeden Fall für Leipzig. Ja, viel klappt nicht. Jetzt läuft die letzte Minute der ersten Halbzeit, also die eine Minute Nachspielzeit. Christensen, Araucho. So, Pedri hat den Ball. Starker, langer Ball auf Erling Haaland. Kriegt der Unterstützung? Ja, von Teyes. Donali. Oh, wieder super Pass auf Alex Teyes. De Jong, Garcia. Das können wir uns da zwar ganz gut festsetzen, aber die Frage ist, finden wir auch die Lücke? Vielleicht jetzt Teyes und Erling Haaland. Spitzer Winkel. Parti hat ihn. Und dann der Fehlpass. Ja, keine großen Chancen dabei. Wir schauen mal auf die Leistungen. Da sehen wir, oder auf die Noten, da sehen wir, dass jetzt keiner mit Katastrophe dabei ist. Ansu Fati mit der 6,5, vielleicht noch am schwächsten. De Jong und Tay ist schon ein bisschen müde. Ja, statt De Jong könnte man natürlich Van de Beek bringen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt im Moment mal so weiter. Und wir werden einfach mal schauen, dass wir ein bisschen geduldiger bleiben. Sollte es in der 60. noch nicht geklappt haben mit einer Führung für uns, wovon ich jetzt momentan ausgesuche, wie es läuft, werden wir auf die offensivere Variante wechseln. Das heißt mit einem 10er statt einem 6er. Christian Sinclair war aber auch schon abseits. So, Alex Theias. Ansu Fati. Netter Heber an die Latte. Wie bitter. Hat er gut gemacht in der Situation. Ich bin ja nicht so der Fan davon, wenn Stürmer irgendwie Heber versuchen. Aber das war echt ganz gut gelöst. Leipzig stellt uns fies zu, auf jeden Fall. Also hinten rausspielen mit Risiko verbunden. Aber im Moment klappt es gut. Petri. Anso Fati. Ein bisschen Ball verliebt. Hätte da schon längst auf Erling Haaland passen können. Jetzt nochmal die Chance. Fati. Poro. Fehlpass. Wir bleiben im Ballbesitz. Super Tackling von Weisley gegen Poro. Aber der Fehler an Sufati. Und er macht 53. Minute die Führung. Sein erstes Saisontor. Damals von dem defensiven Fehler von Leipzig profitiert. Hier sehen wir es nochmal. Weisley klärt eigentlich ganz gut. Und dann haben sie schon den Ball. Und dann kommt hier der Fehler von Renan. Katastrophaler Pass. Kann es natürlich so nicht machen. Und hier soll es recht sein. Dann Skato Vlahovic. Was natürlich für Ibanjas sprechen würde, ist, dass Vlahovic körperlich so stark ist. Deswegen werde ich jetzt glaube ich diesen Wechsel dann machen. Denn Ibanjas hat halt einfach eine super Schnelligkeit. Gerade bei diesen Pässen in die Tiefe kann er vielleicht dann besser verteidigen als Christensen. Hier haben wir so ein Pass in die Tiefe, aber das lag jetzt nicht an ihm. Boah, Damsgaard. Riesenchance. Also Leipzig bleibt gefährlich. Das Ding spielt hinten raus. Jetzt seht ihr das, was ich gemeint habe mit dem guten Zustellen. Also sie zwingen uns eigentlich, da sie am Flügel gut zustellen, zu dem riskanten Pass in die Mitte. Und das kann dann halt schön daneben gehen. Aber jetzt wieder gut befreit. De Jong. Alex Theis. Tonali. Und Erling Haaland ist durch. Super Parade. 58. Beinahe. Das 2 zu 0. Der hier ist jetzt mit der Ecke. Ibanjas hat ihn. Guter Pass auf Garcia. Petri. Leider keine Lücke hier. Frankie De Jong ist jetzt richtig müde. Da werden wir in der 60. jetzt schon den zweiten Wechsel machen. Van de Beek rein. Auch bei Leipzig jetzt einige müde. Aufpassen jetzt auf den Freistoß. Damsgaard. Keine Mauer. Und Ter Stegen. Boah. Die Parade nicht wirklich gut. Ich glaube Guardiol war es mit dem zweiten Kopfball, der dann ans Außennetz ging. Und jetzt ist Borow verletzt. Richtig bitter. Das heißt, wir müssen Mokele bringen. Und haben damit in der 70. Minute schon unseren letzten Wechsel gemacht. Kann man nur hoffen, dass nichts mehr passiert. So, Wesley. Gut aufgepasst von Tonali. Aber dann der Fehlpass von Araucho. Aber wir haben ihn unter Kontrolle gebracht. Gut, auch der Pass von Ter Stegen raus. So dass wir im Ballbesitz bleiben. Und vielleicht sogar für die Konterchance ist es jetzt zu spät. Aber wir haben noch eine Chance. Das ist unangenehm. Sie stellen uns wirklich gut zu. Sind ein nah und aggressiver Mann. Aber wir schaffen es immer wieder uns zu befreien. Fatih mit dem nächsten Heber. Auch hier in der Situation, finde ich, war das eine richtig gute Entscheidung, das so zu versuchen. Keinen Vorwurf an ihn. Statistiken sind schon, abgesehen vom Ballbesitz, irrsinnig ausgeglichen. Holmohr mit dem Freistoß. Van de Beek. Äh, Van de Beek, sag ich. Ter Stegen hat ihn. Rasier mit einer gelben Karte. Ich glaube, wir müssen echt schauen, dass wir den Ball auf den Flügel kriegen. Ter Stegen mit dem Kackfehler. Entschuldigung, dass ich das so formuliere. Aber das ist eben die Situation, wenn du. Ich muss das Ballspiel jetzt ein bisschen länger stellen und einstellen, dass wir über die Flügel spielen. Weil. Wir spielen dann immer da hinten rein, anstatt es über die Außenverteidiger zu versuchen. Hier sehen wir eigentlich. Na gut, sie stellen uns zu. Aber hier Raucho. Da muss er schauen. Petri, Mukhele, der Pass. Aber nein. Wieder zurück zu Ter Stegen. Gut. Und das ist jetzt natürlich sein Fehler. Der könnte jetzt stoppen, könnte auf Kassier passen. Ist natürlich auch ein bisschen riskant. Ich würde es wahrscheinlich am ehesten versuchen, hier zu Mukhele zu kommen. Oder den langen Abschlag. Aber er erwischt den Ball nicht richtig. Schießt den Olmo auf den Kopf. Und Wesley macht das natürlich perfekt. Weiß, dass dann hier in der Situation die lange Ecke offen ist. Und haut den sowas von schön ins lange Eck. Und damit, ja, auch verdient der Ausgleich für Leipzig. So. Wir sind in der Nachspielzeit. Tonali mit der Ecke. Vielleicht jetzt nochmal die Chance für uns. Und da scheint ein Foul gewesen zu sein. Der Schiedsrichter checkt jetzt die Videoaufnahmen. Es könnte jetzt sein, dass wir tatsächlich in der Nachspielzeit hier gegen Leipzig noch einen Elfmeter bekommen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Schiedsrichter pfeift und gibt den Elfer. Damit die Riesenchance für Erling Haaland in der 92. Minute hier doch noch vielleicht das Siegtor zu erzielen. Und er macht ihn nicht. Und Vogo hält ihn. Damit, ja, wieder Ecke für uns. Aber natürlich eine Katastrophe. Dass er den vergibt. Es bleibt wahnsinnig eng in dieser Gruppe. Bis auf die Roma, die sich abhebt, so wie es aussieht. Aber das ist okay. Dann können wir zumindest noch gut auf Platz 2 gehen. Und Erling Haaland kommt nicht dran. Letzte Minute läuft. Van de Beek. Warum spielt er den Pass? Das war super riskant. Ja, es ist natürlich eine Enttäuschung, dass wir nicht gewonnen haben. Wir haben momentan auch nicht wirklich das Glück auf unserer Seite. Aber wir dürfen da jetzt auf jeden Fall nicht den Sand in den Kopf stecken, wie Matthäus so schon gesagt hat. Weil da alles super knapp ist in der Liga. Pedro Porro drei bis vier Wochen. Das ist natürlich nicht optimal. Das heißt, jetzt müssen wir gegen Atletico auf Porro verzichten. Singo wird spielen. Und Mokele haben wir dann sonst noch als Ersatz. Zum Glück haben wir danach keine englische Woche, sondern mal ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen. Länderspielpause haben wir dann auch. Ach so, haben wir dann nach dem Spiel gegen Atletico schon Länderspielpause. Ja, sehr schön. Angenehm für uns mal. Messi sieht Gefahr. Trainer arbeitslos. Der ist zwar unfassbar schlecht, aber... Mann, wir haben so ein... Das ist ja richtig bitter. Wir haben so ein Gehaltsproblem scheinbar, was die Mitarbeiter angeht. Wie schaut es mit dem Budget hier aus? Also an dem kann es nicht liegen. Na, kommt schon. Messi wäre natürlich schon ziemlich cool. Na ja, gut. Ja. Schauen wir mal weiter Richtung Match gegen Atletico. Wen machen wir verfügbar für Barca B? Natürlich die Jungen, die ich nach oben gezogen habe. Und ja, Achter gegen Fünfter. Atletico gegen Barca. Wir müssen schauen, dass wir jetzt gerade in diesem Spitzenspiel vielleicht wieder in Form finden. Und Karius trainiert nicht gut. Petri loben wir. Genauso wie Demir, der mir auch ganz gut gefällt im Moment. Auch wenn er natürlich auf dieser ungewohnten Position spielt. Und Erling Haaland. Der in der Liga sehr stark ist. Sechs Spiele, acht Tore. Nur international. Ja gut, ein Tor in zwei Spielen ist jetzt auch keine Katastrophe. Nur für Erling Haaland schon fast schlecht. So, die Jungen lasse ich bei der zweiten Mannschaft. Nicht bei der U19. Memphis maximal 45 Minuten. Aber ich würde sagen, dass wir den vielleicht heute auf die Bank mitnehmen. Wer ist an Jeschko interessiert? Arsenal. Okay. So, wir sehen hier, dass wir ein bisschen Probleme jetzt mitnehmen. Mit der Müdigkeit kriegen. Kratonali jetzt richtig fertig. Tejas kann ich auf jeden Fall mal gut gegen Reguillon tauschen. Der ist eh stärker. In der Verteidigung. Wer haben wir statt Casier Ibanez spielen lassen. Ich nehme dann Almeida mit statt Casier. So, dann haben wir Petri, der sehr müde ist. Und Erling Haaland, der sehr müde ist. Ja, das mit der Verletzungsanfälligkeit bei Erling Haaland ist halt schon auch ein bisschen ein Problem. Ich lasse den Jeschko dort spielen. Der kann auch diese Presse in der Stürmer Rolle durchaus spielen. So, und dann ist im Mittelfeld noch die Frage. Van de Beek würde halt als vorgeschobener Spielmacher sehr gut passen. Deswegen wäre ich ihn statt Petri spielen lassen. Ja, und auf der Sechs ist halt jetzt die Frage. Sollen wir den Gabi spielen lassen? Der ist so stark. Ich glaube schon. Ja, es hilft nichts mit der Müdigkeit. Haben wir halt jetzt leider dieses Problem diese eine Woche. Den Rest lassen wir. Ich hoffe, dass wir Erling Haaland dann vielleicht für die Schlussphase einwechseln können. Und ich hoffe auch, dass Atletico, aber die haben nicht Champions League gespielt. Ich hoffe, dass die sich für irgendwas international qualifiziert haben. Dass die jetzt vielleicht auch müde sind. Also Champions League haben sie ja verfehlt. Deswegen wollten ja so viele Spieler gehen bei ihnen. Wie Saul zum Beispiel. An dem wir ja dran waren. Oder Koke, glaube ich auch. Foul an Singo. Gut rausgeholt von ihm. Ja, wirklich müde. Koke und Inacio ja schon ein bisschen. Also vielleicht haben die Conference League oder irgend sowas gespielt. Araujo mit dem Pass rechts raus auf Singo. Singo macht das gut. Fatih, wieder Singo. Gregoyon, Cesco. Kein Problem für Jan Oblak. meinen Lieblings-Torhüter schlechthin. Ich hätte ihn sehr gerne mal in England gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht wird es ja noch was, aber der ist, glaube ich, Atletico sehr verbunden. Atletico muss ich auch mal in der Fußballreise hinmachen. Der Pass ist super gespielt, aber auch Glanz-Start von Ter Stegen. Koke mit der Ecke. Die Klär, die Banje ist gut. Gregoyon klärt, aber wir kriegen den Ball noch nicht so wirklich weg. Wieder ein Pass in die Tiefe, der super gespielt ist. Den Singo klärt. Ansu Fati, toll verlängert. Cesco ist durch. Cesco, er macht's. Wie geil. Super-Counter. Siebte Minute. Und Cesco trifft wieder nach Vorlage von Ansu Fati. Wie schnell ging das denn? Schaut euch hier jetzt nochmal die Wiederholung an. Hier wird geklärt von Singo. Und dann verlängert Fati sensationell. Cesco im vollen Sprint. Mit der Ballannahme hat er zwar ein bisschen Tempo verloren, aber er macht's richtig gut. Und er zielt die Führung. Siebte Minute. Damit haben wir sie ordentlich auf den falschen Fuß erwischt. Die ersten Minuten gehörten eigentlich, finde ich, Atletico. Aber haben wir gut gemacht. Tolle Übersicht von Van de Beek. Schlechter Pass auf Cesco, aber der setzt sich trotzdem durch. Gabi, Van de Beek, Singo. Wieder Van de Beek. Der macht sich auch gut heute. Und da ist Cesco 2 zu 0, 14. Minute. Der macht den Doppelpack. Nachdem hier zuerst noch reklamiert wurde wegen einem Elfmeter. Wie geil war das denn? War das ein Vorteil? Vorteil gibt's doch bei Elfmetern nicht, oder? Nee. Perfektes Tackling stand da. Und Cesco mit dem 2 zu 0. Sieben Minuten später. Alle sieben Minuten ein Tor. Schauen wir auf die 21. Ja, das geht sich aus. Schauen wir uns in die 21. Minute. Das war jetzt zu geil. Reguillon. Reguillon. De Jong. Der macht das 3 zu 0. Es war jetzt nicht Cesco, aber wieder. Sieben Minuten später. Wir führen 3 zu 0 gegen Atletico. Was ist denn da los? Und wie soll nicht in der Champions League? Aber sensationell. Reguillon hier. Der Pass auf De Jong. Der wird überhaupt nicht attackiert. Nimmt ihn einmal mit scharfer Abschluss ins lange Eck. Richtig stark. Das wäre natürlich ideal, wenn ich den Haaland nicht mal einwechseln müsste heute. Das wäre mir natürlich am liebsten heute. Gefährlicher Abschluss aus der Restanz. Juventus. Juventus. Das darf man halt auch nicht unbedingt schießen lassen. Aber Erling Haaland wird sicherlich beim Nationalteam wieder spielen und dann ordentlich müde zurückkommen. Wenn wir dem diese Pause heute geben könnten, wäre es natürlich perfekt. Und momentan im Stand von 3 zu 0 sieht es so aus. Dann können wir nämlich Yusuf Demir bringen. Statt Fati noch. Und mit dem B-Sturm vielleicht die zweite Hälfte fertig spielen. Real führt 1 zu 0 gegen Ayba. So, Gavi. Ecke. 4 zu 0 auch. 38. Was ist denn da los? Wahnsinn. Wir haben nicht viele Chancen heute. Aber wir sind unfassbar kaltschnäuzig. Wenn man da so schaut, 6 Schüsse. Alle 6 aufs Tor und 4 drin ist natürlich richtig brutal. Und wir sehen jetzt, dass Atletico müde wird. Während wir sehr gut rotiert haben. Jetzt aufpassen. Keinen Anschlusstreffer zulassen. Koke. Kopfball von Inasio geht drüber. Das war's. Halbzeitführung 4 zu 0. Sensationell. So, das heißt. Wie macht man? Cesco ist eigentlich noch richtig fit. Achso, Cesco wollte ich sowieso fertig spielen lassen. Machen wir so. Demir als hängende Spitze. Und. Ja, dann werde ich wahrscheinlich später den Almeida auch noch bringen. Damit der wieder bei der ersten Mannschaft spielt. Raucho. Ja, Missverständnis mit der Stegen. Das kann man besser lösen. Da hat die Kommunikation nicht gepasst. Dann ist der alte Mannschaft. Hier war es. Und jetzt. Siebter Schuss aufs Tor. So, jetzt haben wir die 60. Arauchheus, der eigentlich am müdesten ist, deswegen würde ich sagen, bringen wir da Diego Almeida. Das heißt, der kriegt auch wieder 30 Minuten in der ersten Mannschaft. Sonst ist halt so die Sache, dass ich jetzt eher Stammspieler eigentlich auf der Bank habe. Oh, Kehle kann ich noch bringen. Das geht natürlich auch. Boah, Almeida, riskanter Pass, aber alles gut gegangen. Und dafür kriegt der Nibanyas diesen 2 Meter Pass nicht an. Haben wir nicht gut verteidigt. So, ich mache jetzt folgendes noch. Ich werde den Christensen noch rausnehmen. Ich schiebe Almeida auf links, Mokele auf rechts. Ich hoffe, dass die Abwehr jetzt keine 4 Tore mehr zulässt. Dass wir das Ding gewinnen, aber ich möchte Mokele eben auch noch einwechseln. Und Christensen wird auch sicher beim Nationalteam spielen. Deswegen haben wir Glück. Wie kann denn der den an die Latte machen? Also jetzt muss man gerade ein bisschen aufpassen. Atletico ganz stark. Eine gefährliche Chance nach der anderen. Also von den Chancen her hätten die da schon ein, zwei Treffer machen können. Und dann wird es knapp. Da ist es jetzt passiert. 74. Der Anschlusstreffer 1 zu 4. Lamar gegen... Ja, eigentlich verliert die Nibanyas das Kopfballduell, obwohl es feinbar der Mann von Gavi war. So, jetzt Yusuf Demir. Bin jetzt mal auf mehr fordern gegangen. Ich hoffe, dass das beim Stand von 4-1 auch passt. Almeida haut den drüber. Den muss man halt auch machen. Ja, mehr fordern hat nicht funktioniert. Aber ich stehe dazu. Da ist Degen mit der Parade. Ja, wir verschlafen das gerade komplett. Weil wir halt selber in die Offensive auch nichts mehr machen. Das ist das Hauptproblem. Jetzt habe ich das Gefühl, wir schaffen keine Entlastung mehr. Also von der Anzahl der Chancen und vom Expected Goals-Wert her ist Atletico jetzt sogar schon besser. Ja. Wird vielleicht, schauen wir mal, eventuell kritisieren, was da in der zweiten Halbzeit abgegangen ist. Ja, und klärt's. 2 zu 4. Ja, wir verschlafen es komplett. Die Jungs haben einfach keinen Bock mehr, hat man das Gefühl. Wir nehmen es nicht mehr ernst. Und ich will es gar nicht sehen. 94 ist ja die letzte Chance. Also wir gewinnen das Ding trotzdem. Aber die Art und Weise wie, ärgert mich jetzt natürlich schon. Aber gut. Bei einem... Ja, das ist halt der Schwierige. Bei einem 14-0-Halbzeitstand, dass du der Jungs da irgendwie bei Laune hältst. Das mit der zweiten Halbzeit spreche ich an. Cesco ist jetzt natürlich nicht zufrieden. Aber das ist... Das muss ich so sagen. Aber im Endeffekt ist alles gut gegangen. Wir haben gegen Atletico gewonnen. Wir haben unfassbare 20 Tore, Tordifferenz plus. Also das ist natürlich auch richtig stark. Kann man natürlich zufrieden sein. So, Scouting abgeschlossen. Myron Boadu. Den ich halt wirklich spannend finde. Würde ich durchaus auf die Ausfallliste packen. Kein Interesse an Transfer. Das würde ich ein bisschen schräg finden. Cesco mit zwei Toren. Wie schaut es jetzt aus bei Benjamin Cesco? Der hat in der Liga sieben Tore in sieben Einsätzen gemacht. Also dieses Jahr läuft ausgezeichnet bei ihm. Jetzt haben wir zwei Wochen Zeit bis zum Spiel gegen Levante und spielen dann auch noch gegen die Roma. Scouting von Caicedo abgeschlossen. Das ist auch ein durchaus interessanter Spieler. 21 Jahre aus Ecuador. Wir sind im Zentrum echt gut aufgestellt. Thiago Tomas von Southampton. 21-jähriger Portugiese. Haben wir eh schon auf der Auswahlliste. Dann Eladji. Gesundheit. Auch ein ganz guter. Aber für die Position braucht man auch eher niemanden. Bis zum 19 Spiel auf der Länderspielreise. Memphis verlängert. Das ist jetzt grundsätzlich gut für uns. Weil er dadurch nicht ablösefrei geht. Und wir können dann eh schauen. Arezzo erzielt jetzt wieder seinen ersten Treffer in der Saison im dritten Spiel. Ich hoffe, dass er sich gut entwickelt. Die Ausstiegsklausel wurde gesenkt auf 130. 130 Millionen für Memphis. Sollten wir auf jeden Fall nehmen, wenn wir sie kriegen. Fabian, Weltklasse-Mittelfeldspieler. Das wäre halt wirklich einer für die 6. Gewesen. Aber mit der Summe natürlich irre. Der ist auch super vom Alter her mit 27. Kann man mal überlegen. Ebenfalls wir irgendein sensationelles Angebot vielleicht für Tonali bekommen. Weiß man ja nicht. Ja, jetzt haben wir natürlich ordentliche Belastung. Vor allem jetzt auch bei denen, die beim Nationalteam sind. Irgendwie Hunger. Ich hätte jetzt so Bock auf einen Döner. Thiago. Gehe ich jetzt mal auf nicht interessiert. Weil selbst wenn wir den zurückholen könnten, wäre er für das einfach zu teuer. Dafür, dass man einfach nur, dass er bei uns die Karriere ausklingen lässt. Den finde ich zu schwach. Sergio Rico, eventuell als Ersatzkeeper. Würde ich mal weiter beobachten. Sergio Canos. Sehr offensiver Rechtsverteidiger, aber nee. Auch nicht unbedingt. Rui Patricio. Oder Deo Luffeo. Aber der ist auch zu schwach, leider. Auch wenn das einer ist, der seine Karriere bei uns begonnen hat. So, hier sehen wir. Länderspiel auf Überblick. Almeida hat gespielt. Test. Demir. Gabi. Nico. Und. Achso, der zweite Demir. Gabi hat jetzt auch seinen Vertrag verlängert. Das ist natürlich ganz cool. Ausstiegsklausel 132. Ich hoffe, dass die nicht zu niedrig ist. Newcastle ist dran. Die haben das Geld. Aber. Da bin ich mal optimistisch. So, Lazarus wird Profi. 16-jähriger Stürmer. Aktuell in der U19. Der wird dann im Sommer wahrscheinlich den nächsten Schritt machen in die zweite Mannschaft. Vielleicht sogar im Winter. Schauen wir mal. So. Den haben wir eigentlich. Der sollte immer bei der U19 spielen. Länderspiel. Überblick. Domingo Roman. Ist halt auch ein Megatalent. Ist der schon bei der zweiten? Ah, den haben wir jetzt sogar in der ersten, oder? Genau. Den haben wir hochgezogen. Dass er in der ersten Mannschaft schon mittrainieren kann. Gut. Von der Zeit her sind wir jetzt, glaube ich, schon am Ende. Ich mache hier den Cut. Und dann sehen wir uns. Uh. Ibane ist verletzt. Zum Glück nur ein bis drei Tage. Dann sehen wir uns im nächsten Part mit dem Spiel gegen Levante. und dem wichtigen Spiel in der Champions League gegen die Roma. Vielen Dank für's Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020